Sound aus 12 Zylindern. Der M760L iX-Drive ist das leistungsstärkste und spurtschnellste, was BMW derzeit zu bieten hat. Erstmals kommt hier der neue M-Performance Twin-Power-Turbo- 12-Zylinder-Benzinmotor zum Einsatz. Auf 6,6 Litern Hubraum schöpft er 610 PS. 20 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Look der 5,24 Meter langen High-Performance-Limousine. Eine neue M-Sport-Abgasanlage mit Klappensteuerung sorgt für einen emotionalen V12-Sound. Ab 1500 Umdrehungen steht ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter zur Verfügung. Naturgemäß hat das Spitzenmodell viele technische Highlights, aber zwei, die ich nur hervorheben möchte. Der neue V12-Motor mit mehr Hubraum, mit neuem Turbolader, neuen Pleulen, neuen Kolben, neuer Motorsteuerung, neuem Einspritzsystem. Wirklich faszinierende Fahrleistungen, die wir aus dem Aggregat herausbekommen. Und als zweites auch für die Fahrdynamik sehr wichtig, aber auch für den Komfort, den ein BMW 7er-Kunde erwartet. Das innovative Executive Drive Pro-Fahrwerk inklusive Wagenstabilisierung und in Verbindung mit der Integral-Aktivlenkung. DTM-Rennfahrer Augusto Farfus nimmt für uns den rund 167.000 Euro teuren M760 Li auf der Rennstrecke von Palm Springs unter die Lupe. Der 760 mit dem V12-Motor hat eine Menge Kraft und sehr viel Drehmoment. Zum Vergleich, von 0 auf 100 km pro Stunde braucht mein DTM-Auto 3 3,1 Sekunden. Der 760 macht das in 3,7. Das funktioniert dank Launch-Control und dem Allradantrieb. Das bringt einen sehr schnell aus den Kurven. As I said, he just managed to pull you very fast out of the corners. It is fantastic.